Ja, schön mal einen Blick über das badische Land, ein bisschen drüber schmeißen, das ist doch auch mal ganz schön. Außerdem Holzachterbahnen, wieso baut man heutzutage noch Achterbahnen aus Holz? Müssen wir die Amerikaner fragen. Aber es schaut großartig aus. Es sieht tierisch aus, aber nicht mehr lange. So, jetzt rum. Jetzt sieht es überhaupt nicht mehr großartig aus. Ich wünsche dir einen guten Flug. Den wünsche ich dir auch. Vielen, vielen Dank. Ah! Ah! Genau das habe ich gemeint. Das ist gar nicht mal so ein langsames Teil, was? Du machst das sehr gut mit dem Mikrofon. Ich muss das nicht nur einfach rüberkommen. Sehr, sehr gut. Geht doch was! Ich hoffe, du hast vorhin nicht gerade gegessen, dass das Essen jetzt per Magen ist. Ich will nach Hause. Ich will zuvor nach Hause. Uiuiuiui. Wodan. Eine Bahn wie Blitz und Donner. Ja! Was ist ein ganzesincrater? Wirklichkeit?